Hallo und herzlich willkommen zu einem Videotraining heute zum Thema Microsoft Office Word und die Makros. Mein Name ist Norbert Schumann von psd-tutorials.de und ich möchte das Thema Makros heute mal ansprechen. Makros sind genau genommen einfach kein Hexenwerk, sondern eine ganz normale Abfolge von bestimmten Dingen, die aufgezeichnet wurden. Und für die Aufzeichnung brauchen wir eine Registerkarte, und zwar die Entwicklertools. Ich habe sie hier in unserem Fall schon einmal geöffnet. Da finden sich also viele mögliche Entwicklerwerkzeuge wieder, aber eben auch die Makros. Und damit wir die Entwicklertools auch finden, müssen wir zunächst einmal in die Optionen rein. Gehen wir also auf Datei, auf die Optionen und gehen jetzt mal auf das Menüband. Und dort können wir hier drüben zum Beispiel den Haken bei den Entwicklertools setzen, und dann wird das uns als Registerkarte auch oben mit angezeigt. Soweit, so gut. Jetzt möchte ich mal demonstrieren, wie so ein Makro im Grunde funktionieren kann. Alternativ gibt es die Möglichkeit, und das möchte ich auch gleich mal demonstrieren, hier zum Beispiel bestimmte Informationen in einem Dokument zu hinterlegen. Und das kommt vielleicht sogar ziemlich häufig vor. Denken wir zum Beispiel mal daran, einen Brief zu schreiben. Wie oft schreiben wir Briefe? Wenn wir das öfter mal tun, müssen wir also jedes Mal unsere Absenderadressen oder Angaben beispielsweise manuell irgendwie eintragen oder einfügen. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel hier ein Absenderfeld einzutragen. So, Norbert Schumann, so heiße ich, im wahren Leben. So, und da wohne ich. Das ist also jetzt meine Angabe. Jetzt ist die Schrift ein bisschen klein, kann das auch ein bisschen formatieren. Gehen wir einfach mal ein bisschen höher in der Schriftgröße. So, nehmen wir mal die zwölf Punkte, dann sieht das auch jeder ganz gut. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein typischer Vorgang. Ich habe also irgendwo eine Stelle angeklickt in meinem Dokument und möchte das Ganze jetzt also so ausschmücken. Habe jetzt also meine Formatierung vorgenommen und bin ja dann auch nicht auf den Kopf gefallen und denke mir an der Stelle, naja, kannst du dir ja vielleicht auch als Schnellformatvorlage anlegen. Dann werde ich vielleicht sogar jetzt das Ganze über Einfügen, Schnellbausteine, mir einen neuen, ja, Schnellbaustein anlegen. So, haben wir es doch. Außer im Schnellbausteinkatalog habe ich jetzt den Namen. Ja, das ist es heute, Norbert Schumann, Schnellbausteine, Kategorie allgemein. Nehmen wir mal Absender und das wird jetzt da drin gespeichert. Ist insofern okay. Kann ich jetzt also beim nächsten Mal einfach die Schritte gehen. Bin ja auf Start im Regelfall. Dann klicke ich zunächst einmal auf Einfügen, Schnellbausteine und kann dann meine Adresse einfügen. Ist auch okay. Kann man so machen. Warum nicht? Aber es geht natürlich noch ein bisschen schneller und da helfen uns diese Makros. Damit wir also auch ein Makro entsprechend aufzeichnen können, werden wir jetzt eine Funktion kennenlernen. Die gibt es ohnehin schon im Word, aber die muss man halt auch erstmal finden und kennen. Gehen wir zunächst einmal noch einmal in die Optionen rein. Datei, Optionen. Haben wir die Möglichkeit unter Erweitert noch ein bisschen weiter nach unten zu gehen. Da gibt es ziemlich viele Optionen. Und können hier unten zum Beispiel eine Postanschrift hinterlegen. Nehmen wir einfach mal meine Anschrift jetzt hier an der Stelle. Das kann man also so eintragen. Dann ist das insofern okay. Ja, kann man so lassen. Jetzt können wir zum Beispiel auch wiederum einen nächsten Schritt machen. Gehen wir mal den anderen Weg. Zum Beispiel setzen wir jetzt den Cursor an diese Position. Möchten gern unsere Absenderadresse positionieren an dieser Stelle. Wir befinden uns im normalen Fall auf dem Reiter Start. Müssten jetzt also folgende Schritte unternehmen. Wir müssten jetzt an der Stelle auf Einfügen gehen. Wir wollen einen Schnellbaustein hinzufügen. Dann kann ich abgekürzt natürlich auch schon hier meine Adresse auswenden. Warum nicht? Habe ich ja schon angelegt. Für den Fall, dass ich es noch nicht angelegt habe, gibt es hier unten auch noch eine Feldfunktion. Bei der Feldfunktion wiederum kann ich mir aus einer ganzen Liste von Einträgen mir ein bestimmtes Feld heraussuchen. Jetzt sind das ziemlich viele. Ich brauche also eher eine andere Feldliste und werde das jetzt mal ein bisschen filtren. Und zwar nur nach diesen Benutzerinformationen und kann zum Beispiel hier meine Useradress auswählen. Das Ganze kann ich jetzt nehmen und einfügen. Okay, habe ich jetzt meine Anschrift eingefügt bzw. den Absender definiert. Ist auch eine tolle Sache. Funktioniert. Muss ich nicht so viel rumschreiben. Ah, ich sehe, ist sogar ein Doppel-R drin. Das ist sogar falsch gelaufen. Müße ich also nochmal auf Datei gehen. Optionen. Dann auf Erweitert. Muss jetzt mal schauen, woran der Fehler liegt hier unten. Ah, Tatsache, habe ich sogar meinen Namen Doppel-R hinten geschrieben. Ist ein kleiner Fehler. Okay, und bestätige das Ganze mal an der Stelle. Das sind also ziemlich viele Schritte, nur um so ein Adressfeld einzufügen. Das möchten wir gerne ein bisschen schneller ausgestalten und dafür bieten sich dann, wie gesagt, diese Makros an. Gehen wir also jetzt noch einmal auf die Möglichkeit ein, hier die Entwicklertools zu benutzen. Und dort werde ich ein Makro aufzeichnen. Das bedeutet also eine Abfolge von Schritten. Ich gehe jetzt auf den Menüpunkt Makro aufzeichnen unter den Entwicklertools und starte damit im Grunde eine Aufnahme. So, jetzt kann ich diesem Makro einen Namen zuweisen. Gehen wir einfach mal davon aus, wir wollen jetzt Adressangabe. Also das Ganze als Adressangabe bezeichnen. Dann kann ich hier unten noch eine kurze Beschreibung eingeben, für den Fall, dass jemand nicht weiß, worum handelt es sich hier. Dann, ja, gebe ich hier mal ein. Absender, Adresse, Norbert. So, dann ist das also relativ eindeutig und habe jetzt noch zwei Möglichkeiten, beziehungsweise drei. Makro speichern in alle Dokumente oder nur für das Dokument. Na, wir wollen das für alle Dokumente speichern. Ist das also auch für alle Dokumente aufrufbar, dieses Makro und bleibt letzten Endes auch so erhalten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier ein Tabsatourbefehl einzugeben oder zum Beispiel eine Schaltfläche anzulegen. Beide Optionen eignen sich dazu, schnell etwas zu tun. Ich bin jetzt kein Freund unbedingt von Tastaturbefehlen. Ich habe dann lieber eine kleine Schaltfläche, hier oben irgendwo griffbereit. Und hier sieht man zum Beispiel so eine Schaltfläche. Also lege ich auch eine Schaltfläche an. Habe jetzt in meiner Schnellstartleiste, da ist es halt recht gut aufgehoben an der Stelle, glaube ich. Ist auch ziemlich schnell zugänglich. Eine Schaltfläche, die möchte ich gerne hinzufügen. Jetzt habe ich die alte hier noch drin, die werde ich erstmal entfernen. Und werde diese neue, die jetzt hier drin steht, zu dieser Schnellstartleiste hinzufügen. Wenn das erledigt ist, kann ich jetzt zunächst einmal auf OK gehen und bestätigen. Und meine Aufnahme läuft. Ich sehe jetzt hier so einen Kassettenrekorder an meiner Hand sozusagen oder an dem Auszeiger. Und kann jetzt meine Makro-Funktion aufzeichnen. Das heißt also, ich gehe jetzt wiederum auf Einfügen, gehe auf Schnellbausteine, auf Feld, wähle hier aus der Liste die Benutzerinformationen aus, die User-Adress und klicke auf OK. Dann habe ich das Feld jetzt hier eingefügt. Ich kann die Schrift nicht formatieren. Das heißt, ich kann sie nicht markieren und formatieren. Das lässt also diese Makro-Aufzeichnungsfunktion zunächst einmal nicht zu. Aber ich gehe jetzt erneut auf die Entwickler-Tools und kann jetzt die Aufzeichnung zum Beispiel anhalten oder die Aufzeichnung beenden. Ich beende jetzt die Aufzeichnung und habe damit mein Makro im Grunde schon fertig aufgezeichnet. Jetzt kann ich das ganze Dokument, STRG A, einfach mal alles löschen. Gehe jetzt zum Beispiel an eine beliebige Position in meinem Dokument und habe ja in meiner Schnellstartleiste soeben eine Schaltfläche hinzugefügt, nämlich diese hier. Hier sieht man auch schon in der Kurzinformation, Adressangabe ist insofern OK. Es ist also im Grunde viel, viel einfacher, an eine Stelle im Dokument zu klicken und den Schritt hier hoch zu gehen und einmal darauf zu klicken, um dann seine formatierte Adresse hier vorzufinden. Natürlich kann ich das jetzt auch nochmal formatieren, wenn ich das mag und dann halt so übernehmen. Klicke ich jetzt nochmal hin, ist der Vorteil sogar so da, dass wenn ich einmal diese Schriftart formatiert habe, diese Formatierung auch beibehalten wird. Beispielsweise, das ist also diese Feldfunktion. Die ist jetzt hier aktiv und wir sehen das auch, wenn ich also jetzt hier reinklicke, ist dieses Feld hier zunächst einmal als Feld auch gekennzeichnet. So einfach ist das Ganze, also gar kein Hexenwerk. Wir haben die Möglichkeit, uns auch da den Code anzeigen zu lassen. Dieser Code befindet sich im Grunde auch wieder als Funktion unter den Entwicklertools. Da haben wir das Fenster Makros. Wenn wir da draufklicken, sehen wir alle Makros, die wir im Grunde für unser Dokument, für unsere Office Suite hier angelegt haben. Und gehen jetzt mal auf die Adresseangabe. Da habe ich verschiedene Methoden. Zum Beispiel, ich kann das Ganze ausführen. Ich kann auch die Einzelschritte bearbeiten oder anzeigen lassen. Und ich kann es insgesamt auch bearbeiten. Ich kann natürlich auch etwas erstellen, löschen oder eben organisieren. Gehen wir einfach mal auf Bearbeiten. Dann öffnet sich für uns hier kaum sichtbar, zumindest auf dem anderen Monitor, ein neues Fenster. Und das ziehe ich jetzt gleich mal hier rein in unser Aufnahmefenster, damit wir also auch alle was davon haben. Und schauen uns das mal im Groben an, wie das Ganze aufgebaut ist. Makro ist also eine Befehlsreihenfolge, so haben wir es ja gerade gelernt, die abgebildet wird. Und so etwas kann man im Aufzeichnungsprozess natürlich festlegen. Das wäre also die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, es manuell einzugeben, wenn man sich mit der Programmiersprache Visual Basic auskennt. Ich kann es nicht. Deswegen werde ich hier auch keinen Code selber reinschreiben. Manch einer kann das. Auch gerade die Spezialisten in den IT-Abteilungen, in größeren Unternehmen, sollten da gewisse Grundkenntnisse haben, um so etwas schreiben zu können. Und die sind dann durchaus in der Lage, auch mal so ein Makro nur anhand von Codezeilen zu programmieren. Wie gesagt, ich kann es nicht. Deswegen lasse ich hier auch die Finger davon. Ich kann natürlich mal in den Code reinschauen. Vielleicht kann ich auch daraus lernen, wie man so etwas schreiben muss, damit man so einen Code überhaupt produzieren kann. Und so ein Makro produzieren kann. Aber im Grunde, wie gesagt, gibt es diese komfortable Aufzeichnungsfunktion. Und mit der kann ich also diese Schritte hier zunächst einmal aufzeichnen. Und dann wiederum ablegen in mein Office als Funktion. Und dann schnell aufrufen, wenn ich der mag. So einfach ist das mit den Makros. Und wie gesagt, es ist kein Hexenwerk. Es gibt noch die Möglichkeit, die Makrosicherheit einzustellen. Darauf möchte ich auch hinweisen. An der Stelle, das ist einfach nur eine Funktion, um das Sicherheitsgefühl für den Bearbeiter zum einen zu erhöhen. Ob es wirklich sicher ist, kann ich an der Stelle nicht sagen. Aber es gibt natürlich eine potenzielle Gefahr, die von Automatismen ausgehen kann. Und das kann eben auch aufgrund von solch einem Code sein. Wir haben gesehen, das sieht aus wie eine harmlose Codezeile. Mit ein paar Wörtern drin, ein paar Strings, wie auch immer. Aber die sind natürlich potenziell auch in der Lage dazu, ein Dokument schadhaft zu verändern. Und deswegen gibt es eine Makrosicherheit. Die kann man einstellen. Das ist bei manchen IT-Abteilungen sicherlich in Unternehmen auch voreingestellt worden. Wenn nicht, einfach mal den Administrator darauf ansprechen, wie sich das hier für Unternehmen verhält. Ansonsten im privaten Umfeld, glaube ich, spielt das weniger eine Rolle. Obwohl sicherheitsbewusste Privatanwender auch hier sicherlich ihre Haken setzen können, um einfach dann ein Stück weit sicherer zu sein. Das war es also zum Thema Makros. Und damit ist im Grunde das Office-Training auch schon fast abgeschlossen. Das eine oder andere könnte natürlich noch vom Thema her in Zukunft. Aber im Grunde sind wir jetzt mit Microsoft Office Word in seinen Grundzügen. Auch was die Anwendung anbelangt, durch und Makros sind wie gesagt eine sinnvolle Ergänzung, um die zahlreichen Arbeitsschritte, die man hier mitunter unternehmen muss, einfach mal ein Stück weit abzukürzen.